Viele Frauen, die in meine Praxis kommen, leiden unter Zyklusstörungen, zu kurz, zu lang, Zwischenblutungen, Ausbleiben der Periode etc. Und das nimmt gefühlt auch zu. Und die Gründe dafür sind quasi auch auf jedem Behandlungsplan, den eine Patientin von mir mit auf den Weg bekommt, aufgelistet, um diese zu ändern. Und hier sind die fünf Hauptgründe und vor allen Dingen Therapiechancen bei Zyklusstörungen. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner und mit diesem Kanal möchte ich nichts anderes tun, als dass du dir selbst besser helfen kannst. Und dafür gebe ich dir einfach mein Fachwissen, verständlich erklärt häppchenweise. Und du sagst wahrscheinlich, wow, coole Sache, danke dafür, dann lass es mich doch einfach mit einem kleinen Abo wissen, das Danke. Es wird euch nicht anders gehen, als es mir geht. Ihr könnt es wahrscheinlich auch nicht mehr hören. Wenn ihr wisst, dass ihr euch toll ernähren sollt und dass ihr ausreichend schlafen sollt und Stress am besten vermeiden sollt etc. Ja, das sollten wir alle. Aber was das mit dem Zyklus zu tun hat und vor allen Dingen, welche biochemischen, hormonellen Hintergründe dahinter stecken, warum das immer wieder empfohlen wird und warum das auf jedem Behandlungsplan steht bei Zyklusstörungen bei einer Frau, das erkläre ich euch jetzt im Detail. Wir gehen also wirklich einen kleinen Deep Dive in die Biochemie rein und du wirst dann ganz schnell verstehen, wow, vielleicht ist das doch nicht nur ein Slogan auf der Zeitschrift bei der Friseurin, sondern da steckt tatsächlich Evidenz dahinter. Erstens, die Ernährung. Ja, dazu haben wir jetzt in den letzten paar Wochen viele Videos hier gemacht. Die könnt ihr euch gerne auch alle mal anschauen. Was für Nährstoffe sind für Frauen besonders wichtig? Wie kann man sich an den Zyklus perfekt adaptiert ernähren? Wie sollte man sich vielleicht ernähren? Aber was steckt denn da eigentlich hinter? Und wenn ich heute gefragt werde, was ist denn das wichtigste Hormon der Frau oder bei der Frau, hätte ich vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren noch was anderes gesagt, als ich es heute tue. Heute sage ich Insulin. Diesen Insulinspiegel im Auge zu behalten, ist das Wichtigste für die Frau. Denn Insulin hat erhebliche Auswirkungen eben auf das hormonelle Geschehen und damit eben auch den Zyklus. Über Insulin selbst müsste man eigentlich auch noch ein eigenes Video machen. Wenn dich das interessiert im Zusammenhang mit hormonellen Schwankungen, dann schreib es mir bitte mal in die Kommentare. Nur mal so viel. Insulin ist in der Lage, die Androgene, also die männlichen Hormone bei Frauen oder auch bei Männern zu erhöhen, was natürlich eine Disbalance mit sich bringt. Aber Insulin kann auch die Empfindlichkeit von dem sogenannten luteinisierenden Hormon oder auch dem Follikelstimulierenden Hormon, alles wichtig, um einen Eisprung zu generieren, beeinflussen, sodass es vielleicht auch zum Ausbleiben des Eisprungs kommt. Und dann in der Konsequenz kommt es natürlich auch zu Zyklusstörungen. Insulin ist maßgeblich beteiligt, und das wissen wir alle, bei der Gewichtszunahme, bei einer Insulinresistenz. Was passiert? Der Körper reagiert nicht mehr so gut auf Insulin. Es muss mehr produziert werden. Wir lagern Fett ein. Und Fett, habt ihr vielleicht hier ja auch schon auf diesem Kanal gelernt, ist eine tolle Hormondrüse, denn es macht ganz, ganz viel Östrogen. Also haben wir schon wieder einen Faktor für eine Disbalance und so weiter und so fort. Ich habe schon gesagt, Insulin können wir vielleicht mal gesondert besprechen. Da rede ich bestimmt auch 15 Minuten am Stück nur über die Auswirkungen von Insulin. Es ist also in eurem Interesse, diesen Insulinspiegel möglichst konstant über den Tag zu halten. Also eben nicht in diese Fressflashes zu verfallen, die man ja kurz vor der Periode oder während der Periode auch mal haben kann. Auch hierzu findest du schon ein Video auf diesem Kanal, wie man dem Ganzen vielleicht auch entgegnen kann. Ernährung, ausgewogen, knackig. Ich sage es immer wieder, ein paar Nüsse dürfen mit dabei sein. Das haben wir alle schon besprochen. Achtet auf euren Insulinspiegel über den Tag. Haltet ihn konstant, denn das ist ein Riesenfaktor für Zyklusstörungen und aber auch ein Riesenfaktor, um das Ganze wieder in den Griff zu bekommen. Und jetzt denken viele, wow, jetzt muss ich ab morgen eine krasse Crash-Diät machen, Ketogen mich ernähren, weiß der Geier. Nein, müsst ihr alles gar nicht. Und ihr müsst halt auch nicht jetzt viel Gewicht abnehmen. Meistens reichen schon 3, 4, 5 Prozent vom Körpergewicht, was man abnimmt, wenn man jetzt mehrgewichtig ist, um den Zyklus komplett wieder in die Bahn zu lenken. Es ist also gar nicht so viel nötig, um einen Rieseneffekt zu haben. Und auch zeitlich werdet ihr nach 8 Wochen, spätestens nach 3 Monaten schon einen Effekt merken, wenn ihr es durchzieht. So, genug vom Insulin. Jetzt kommen wir mal zu den Vitaminen, vor allem die fettlöslichen Vitamine E, D, K und A. Ihr könnt euch das mit einer Kette eines Einkaufsmarkts gut merken. Das sind die fettlöslichen Vitamine. Allen voran Vitamin D, extrem wichtig. Hat super Einfluss auf die Hormone FSH und LH und kann hier zu einer wahnsinnigen Disbalance führen, wenn der Vitamin-D-Spiegel nicht im Sollbereich ist. Und hier propagiere ich ja auch immer wieder 2-mal pro Jahr Vitamin-D-Spiegel checken. Gerade vor dem Winter und auch wenn man dann im Winter drin steckt, bin ich in meinem Sollbereich, muss ich substituieren. Hier in den Gefilden meistens ja. Und auch das ist relativ leicht zu machen, auch relativ leicht per Rezept zu bekommen, wenn man Mangel hat. Und dann kann man diesen Mangel ausgleichen und hat wieder einen Faktor weniger für Zyklusstörungen, weil, wir haben es gerade gehört, direkte Auswirkungen auf die eigenen Hormone. Und ich sage ja immer, Vitamin D heißt zwar Vitamin, ist aber eigentlich ein Pro-Hormon und hat auch noch Einfluss auf die Proteinsynthese im Zellkern. Nächstes, um es kurz zu machen, die Omega-3-Fettsäuren, habe ich jetzt in einem der letzten Videos mit den Nährstoffen auch schon drüber gesprochen. Extrem wichtig, gerade auch wenn du Periodenprobleme hast, Schmerzen hast, Entzündungen hast, kann hier Omega-3 relativ gut helfen, das in den Griff zu bekommen. Und über wichtige Nährstoffe, Magnesium, Zink, B-Vitamin-Komplexe, haben wir in diesem Video auch schon gesprochen. Schau es dir wirklich gerne mal an. Da erkläre ich, warum es auch wichtig ist, zum Beispiel auf die B-Vitamine zu achten. Zweiter großer Punkt, Stressmanagement. Oh ja, wie oft kriegen wir diese Empfehlung, bitte lass doch mal den Stress sein. Ja, gerne, würde ich sofort wegschalten, wenn es denn ginge. Wir haben Stress in unserem Alltag. Unsere Gesellschaft ist geprägt von, ich muss zum nächsten Termin, ich habe noch so und so viele Sachen auf meiner To-Do-Liste und ich muss mich zehn teilen, um das alles zu schaffen. Okay, den Stress können wir nicht wegzaubern. Wir können aber lernen, mit ihm umzugehen. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ob dir ein Achtsamkeitstraining oder ein autogenes Training hilft, Meditation oder auch Philosophien wie zum Beispiel der Stoizismus, Bewegung, Sport, Schachspielen, was auch immer deinen Stress reduziert oder womit du dann besser mit dem Stress umgehen kannst, ist ja erst mal sehr individuell. Also den Stress reduzieren auf der einen Seite, ja, macht Sinn, aber vielleicht auch lernen, mit dem Stress richtig umzugehen, ist ein riesen, riesen Faktor, um da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und warum solltest du vor allen Dingen als Frau einen Fuß in die Tür bekommen? Weil Stress ein Hormon bilden kann, mehrere sogar. Cortisol und Adrenalin wird dir ein Begriff sein. Die Nebenniere fängt an, mehr und mehr von diesen Stresshormonen zu produzieren. Die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse wird aktiviert. Sie hat aber erheblichen negativen Einfluss auf die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse, also die Achse, die für den Zyklus zuständig ist. Das kannst du dir auch immer leicht vorstellen. Wenn du irgendwo auf der Flucht bist, vor Hunderttausenden von Jahren, vor irgendeinem Wolfsrudel, da hat der Körper jetzt gerade nicht so den Bedarf, einen tollen Zyklus herzustellen und vielleicht sogar schwanger werden zu können, sondern das ist erstmal sekundär. Wir wollen jetzt erstmal fliehen und irgendwie unser Leben retten. Und deswegen hat diese Stress-Level-Achse auf jeden Fall einen negativen Einfluss eben auf den Zyklus. Nächstes kleines Gemick, jetzt kommen wir wieder zum Insulin. Cortisol ist quasi der Gegenspieler vom Insulin. Cortisol ist ein Hormon, was Zucker freisetzt aus unserem Körper, denn wir brauchen jetzt Energie zum Weglaufen von dem Wolfsrudel. Je mehr Zucker aber freigesetzt wird aus unserem Gewebe, desto höher geht der Insulinspiegel. Und jetzt schlägt sich schon wieder die Brücke zurück zum Insulin. Du hast jetzt schon gelernt, was das wieder für negative Auswirkungen auf den Zyklus hat. Also Stress rausnehmen, Stresshormone wegnehmen, ist sicherlich eine gute Idee bei Zyklusstörungen. Stress hat aber auch noch weitere Auswirkungen. Zum Beispiel setzt es die Freisetzung, die pulsatile Freisetzung von dem sogenannten GNRH runter. Das ist quasi der Taktgeber für alle weiteren Hormone der Frau, die weiter unten passieren, zum Beispiel bei den Eierstöcken. Wenn GNRH nicht pulsatil freigesetzt wird, wird auch LH und FSH nicht freigesetzt. Es kommt überhaupt nicht zur Follikelreifung, es kommt wahrscheinlich nicht zum Eisprung und du hast Zyklusstörungen, Zwischenblutungen, lange Zyklen, Ausbleiben der Periode etc. Prolaktin, ein weiteres Hormon, du wirst es vielleicht kennen als Stillhormon. Prolaktin ist tatsächlich ein Hormon, was dann quasi Prolaktare, also die Milchbildung fördert. Und wenn du mal gestillt haben solltest, dann wirst du gemerkt haben, dass zur Stillzeit deine Periode eigentlich nicht stattgefunden hat oder sehr, sehr selten stattgefunden hat. Denn Prolaktin hat direkte Auswirkungen auch auf genau diese Hormone, die ich gerade angesprochen habe. Wenn man gerade stillt, dann will der Körper nicht erneut schwanger werden, weil der Urmensch braucht die ganze Energie jetzt für dieses Kind, was da aufwächst. Deswegen ist Prolaktin auch als Gegenspieler zu den normalen Hormonen zu verstehen. Und ja, chronischer Stress erhöht den Prolaktinspiegel. Nicht selten, dass eine Patientin in der Praxis sitzt. Hormonstörung, wir bestimmen mal die ganze Hormonpalette, alles ist in Ordnung. Prolaktin ist leicht erhöht. Dann haben wir schon den Grund für die Zyklusstörung, denn es ist der chronische Stress. Einen weiteren Punkt, den habe ich hier auch schon auf diesem Kanal erklärt. Cortisol will vermehrt produziert werden, wenn wir Stress haben. Irgendwann geht dem Körper so ein bisschen die Bausteine aus für Cortisol. Also nimmt er sich einfach das Progesteron. Das Gelbkörpermon, super wichtig für die Zeitzyklusphase, wie du weißt. Und bröselt das auseinander. Progesteron brauchen wir nicht, aber die Bestandteile, wie so ein Lego-Ding, können wir doch benutzen, um Cortisol zu bauen. Also zweigt sich der Körper ab, macht kein Progesteron mehr, sondern alles geht in die Cortisol-Synthese. Und schon haben wir auch wieder Zyklusstörungen, du hast es dir schon gedacht. Drittens, der gute alte Schlaf. Ja, kommt uns auch zu den Ohren raus. Natürlich würden wir gerne gut schlafen und lange schlafen und so weiter und so fort. Und das kriegen wir auch hin mit ein bisschen Disziplin. Warum ist aber Schlaf wichtig jetzt für die Hormone? Du wirst vielleicht mal schon von Melatonin gehört haben. Melatonin wird in der Zirbeldrüse generiert und hat direkten Einfluss auf LH und FSH. Dann wirst du vielleicht am Rande mal von Hormonen gehört haben, die eher so den Magen betreffen. Leptin und Grelin, ja, das sind quasi die Appetitmacher, die auch für den Energiehaushalt zuständig sind. Also die sind beteiligt, um ein Hungergefühl auszulösen oder auch den Appetit uns zu zeigen oder auch ein Sättigungsgefühl uns darzustellen. Und der Schlaf beeinflusst das, positiv wie negativ, direkt. Also wenn ich schlecht schlafe, dann habe ich einen unausgeglichenen Leptin-Grelin-Spiegel und das wiederum kann zu Heißhungerattacken führen. Und ja, du wirst es dir schon denken, Gewichtszunahme, Insulin wird hochgekurbelt und so weiter und so fort. Also auch hier direkten Einfluss von aber ganz anderen Hormonen. Und ihr seht schon mal, wie sehr das alles miteinander zusammenhängt. So, was macht mangelnder Schlaf noch? Die Eltern unter euch werden es kennen. Schlaflose Nächte, das stresst, das schlaucht. Und was macht Stress? Cortisol geht nach oben. Gerade morgens früh sind extrem hohe Cortisol-Spitzen vor allen Dingen bei frischen Eltern zu sehen, zu messen. Und Cortisol, brauchen wir nicht drüber reden, hat wieder die negativen Auswirkungen. Also ja, ausreichend Schlaf. Jeder Mensch schläft unterschiedlich lange und viel. Also bei mir sind es circa siebeneinhalb, acht Stunden, die ich bräuchte. Die schaffe ich nicht immer, aber ich versuche es wenigstens. Und was viel wichtiger ist, als ich mache die Augen zu, schlafe und wache wieder auf, ist vorher das Fenster. Die Schlafhygiene. Hier wirklich ein Ritual einzuführen, was vielleicht nichts mit Bildschirmen zu tun hat. Also kein Netflix, kein Handy im Bettchen noch, sondern einfach ein Buch rausholen. Von mir aus auch die Tablet-Bücher ohne Namen zu nennen, wo man dann einfach wirklich immer wieder jeden Tag abends sein Ritual hat, seine drei Seiten liest, müde wird, weglegt, schläft oder ein Hörbuch hört etc. pp. Man macht immer und immer das Gleiche, geht ungefähr zur gleichen Zeit ins Bett und hat dadurch dann eben auch schon eine gesunde Schlafhygiene, die auch zu einem gesunden Rhythmus führt. Denn hier funktioniert das mit den Hormonen ja auch schon. Wenn du also eine halbe Stunde, bevor du eigentlich die Augen zumachst, schon immer wieder dasselbe hast, fährt der ganze Hormonhaushalt eben runter und andere Hormone, Melatonin etc. gehen langsam nach oben und alles wird ein bisschen regulierter. Schlafhygiene, ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt, wenn es um das Thema Schlafen geht. Viertens, ja, Bewegung, körperliche Ertüchtigung. Und das muss jetzt nicht der Marathon sein und der Sprint und der Hochsprung, sondern das kann auch ein Spaziergang sein. Aber regelmäßig, über jede Woche, dass du dir ein Zeitlimit setzt. Ich will 200 Minuten pro Woche Sport machen, mich bewegen, an der frischen Luft sein. Hat direkte Auswirkungen zum Beispiel auf Östrogen und Progesteron. Es verbessert die Durchblutung, dadurch werden natürlich auch die Gewebe und auch die Gonaden, also die Geschlechtsdrüsen, besser durchblutet. Wir haben wahrscheinlich, wenn man das regelmäßig macht, auch ein besseres Fettdepot-Verteilungsmuster. Also Fett als Hormondrüse wird reduziert. Wir haben weniger mit dem Östrogen zu kämpfen, was unser Fett produziert. Wir haben bessere Insulinspiegel, dadurch, dass wir uns bewegen und wir haben eigentlich nur positive Effekte. Lass uns noch über Endorphine sprechen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn ich jetzt gleich joggen gehe und wieder komme, dann bin ich sehr gut drauf, weil einfach Endorphine ausgeschüttet werden. Und die wiederum haben auch wieder positive Auswirkungen, nicht nur auf die Birne, sondern eben auch auf den gesamten Hormonhaushalt. Warum? Weil es die Stresshormone reduziert. Ja, also wir wollen ja wieder den Stress reduzieren. Und übrigens, wenn wir über Stress gesprochen haben und die Reduktion, kann man das eben auch mit so einem Management machen, indem man sich einfach regelmäßig bewegt. So, fünftens, wahnsinnig unterschätzter Punkt, extrem unterschätzter Punkt, gibt es hierzu auch schon einen Beitrag. Und das sind die Schadstoffe, die sogenannten Xenoöstrogene. Schadstoffe, die also eine Östrogen- oder hormonähnliche Wirkung im Körper erzielen. Und das Problem ist, die stecken so vielen Dingen drin. Du wirst schon von Plastikflaschen wissen, wo irgendwelche Dinge drin sind, die nicht gut sind. Ja, aber unterschätze auch nicht alle Cremes, also allgemein Kosmetika, was da drin sein kann. Phthalate bis Phenol A sind alles so Stoffe, die Xenoöstrogene genannt werden, also auch hormonähnliche Wirkungen haben können und dem Körper wahnsinnig schaden können. Es gibt mittlerweile diverse Apps, die mit dem QR-Code quasi versehen, das Produkt scannen und dann sagen, ist ein gutes Produkt oder nee, lass mal lieber die Finger davon. So eine App würde ich dir auf jeden Fall empfehlen und mal im Bad, mal die ganzen Produkte durchgehen, die du da so rumstehen hast und dir täglich irgendwo auf die Haut schmierst. Vergiss nicht, die Haut ist das größte Organ, was wir haben. Was wir auf die Haut schmieren, kommt in unserem Körper an, im Blutkreislauf und geht auch irgendwie über die Leber. Also wir haben gar keine Chance, wenn wir uns was auf die Haut schmieren, das zu verhindern. Deswegen sollte es das, was wir uns irgendwo hinschmieren, auch okay sein für unseren Körper. Also die App runterladen, mal alles scannen und mal gucken, kann ich hier vielleicht doch was austauschen. Alkohol und Nikotin müssen wir echt drüber sprechen. Also es sind Zellgifte, da sind wir uns alle einig. Und Alkohol hat nachgewiesenerweise einen direkten Einfluss auch auf Östrogen und Progesteron im negativen Sinne. Und Nikotin, das weiß man auch, hemmt die Hypophyse, also alles, was von der Hypophyse freigesetzt wird. Wir haben wieder LA, HFSH und so weiter, wird gehemmt. Und deswegen gibt es auch massiv Zyklusstörungen, wenn man Alkohol trinkt, wenn man raucht, etc. Ja, das tut mir jetzt selbst in der Seele weh, aber man muss es einfach auf dem Blatt Papier, wie es ist, wissenschaftlich betrachten. Und Koffein hat auch negative Auswirkungen, weil es ein bisschen stresst. Es erhöht den Cortisol-Spiegel und dann sind wir wieder bei dem alten Dilemma. Ich denke immer, ja, aber so ein bisschen Endorphin ist ja vielleicht auch dabei, weil wir genießen ja unseren Kaffee in den meisten Fällen doch sehr. Aber ja, übermäßiger Konsum von Koffein, Alkohol, Nikotin, nicht gut, wissen wir aber auch schon. Aber mit diesen fünf Punkten, und die stehen auf jedem Behandlungsplan bei mir. Und da gehört einfach auch ein Stück Disziplin dazu, das durchzuziehen und gar nicht so viel zu verändern. Vielleicht nur mal so ein bisschen und zu gucken, wo geht denn jetzt die Reise hin. Und ich habe es schon erwähnt, da reichen manchmal nur drei Monate, um direkte Effekte zu merken. Gerade auch, was das PCOS-Syndrom zum Beispiel angeht. Einer der größten Hebel kommt jetzt eine neue Leitlinie raus. Und da wird quasi auch dieser Punkt Ernährung, Bewegung nochmal ganz, ganz groß geschrieben als Haupttherapeutikum beim PCOS. Also der Zyklus Stoffwechselstörung schlechthin. Ja, PCOS, denkst du jetzt, das kenne ich doch irgendwoher, dann kannst du dir dieses Video mehr gerne angucken. Und das hier unten, da geht es noch um die Nährstoffe. Das darfst du dir natürlich auch nochmal reinziehen. Und was du auch machen solltest, mir natürlich ein Abo dalassen, wenn dir das Video gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.